Von unseren Zungen brechen wir Manuskripte, so kalt wie die Wiesen. Wir haben unsere Widerrede rechtzeitig verbrannt. Die Geschichte war nur für den Fall, dass einer Kopien von unserer Existenz ziehen wollte. Habe ich noch Fuß? Und der Junge vor dem Spiegel wartet eine kurze Zeit. Ungeduldig Füße scharren, bis sein Ebenbild erscheint. Doch das Gesicht, das erblickt, sieht nicht länger aus wie er. Die steifen Züge, fast schon plastisch, Mundwinkel hoch, die Augen leh. Fährte entehrte Gelehrte unter der Erde. Die Fährte der Gärte war die verkehrte, weil Härte die Herzen derer entlehrte, die andere Werte vererrten. Und mehrere Lehrer die Fehler der Fährte trotz sehender Mahner vermehrten. Und natürlich haben die Gelehrten sich dabei was gedacht. Aber eben mehr als das wird so gemacht. Aber so sicher wie der Affe sich vor dem Auto erschreckt, ist, dass der Dumme sich hinter Regeln versteckt. Auch wenn er sie ganz anders versteckt. Und weil sich mir bei dem Ansatz der Magen rumdreht, ist jetzt Schluss.